Ja, halli, hallo ihr Lieben! Bei mir könnt ihr heute zwei der Essence Blume Me Up Pinsel Sets gewinnen und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ich gebe beide Sets her. Schweren Herzens, muss ich sagen. Ich habe eine Bemusterung bekommen von Essence einmal über die Blume Me Up LE und einmal über die Blume Me Up Tools. Das heißt, es gibt in diesem Video zwei Sets zu gewinnen und die zeige ich euch dann jetzt mal. Das erste Set, was ich für euch habe, ist die komplette Blume Me Up LE. Das heißt, ihr bekommt von mir eine Tasche mit drei Pinseln drin, die vier Nagellacke der LE, die beiden Lippenstifte, die beiden Blush Sticks, drei Lidschatten, den mega tollen Highlighter und den Eye Pencil, sowie den Fingerspitzen Tattoos und dem Haarbein. Das ist das erste Set, welches sozusagen von mir den Namen bekommt Blume Me Up Schminke. Das zweite Set ist sozusagen die komplette Blume Me Up Tools LE und die besteht aus der komplett gefüllten Pinseltasche, den Applikatoren, sowie der Pocket Brush, also der Bürste zum Mitnehmen und der Wimpernzange. Das ist also quasi Blume Me Up Pinsel. Ja, was müsst ihr jetzt tun, um das Set zu bekommen? Es ist wirklich ganz einfach, kostet euch fünf Minuten Zeit. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt, liked das Video und fügt es zu euren Favoriten hinzu und last but not least, schreibt in die Kommentare, welches dieser Sets ihr gerne haben möchtet, nämlich Blume Me Up Schminke oder Blume Me Up Pinsel oder schreibt gleich beides rein, ganz was ihr am liebsten möchtet und ich werde dann zwei Gewinnerinnen ziehen und sie per Mail ins YouTube Postfach benachrichtigen. Das werde ich vier Wochen nach dem machen, nachdem das Video online gegangen ist, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wann ich das hochlade, aber es steht dann eben auch nochmal in der Infobox, wann genau ich das mache. Ich benachrichtige euch per YouTube Mail und ich werde es aber auch in die Infobox vom Video reinschreiben, sodass ihr das auch da sehen könnt, wer das gewonnen hat. Ja, mir blutet das Herz, diese Pinsel weggeben zu müssen, aber ich weiß, dass ganz viele von euch keine bekommen haben, insofern drücke ich euch jetzt die Daumen, dass ihr das bekommt. Ja, wenn ihr meinen Channel noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr unbedingt hier unten abonnieren, verpasst keine Beauty News oder tolle Produktneuheiten, die ich euch auf meinem Channel vorstelle. Ihr könnt euch hier unten gerne nochmal ein anderes Video angucken und ja, für heute sage ich einfach Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco.